Der Fischetanz Wir rauchen rechts hinein, gluck, gluck, dann geht es links hinein, gluck, gluck, dann drehen wir uns schnell im Kreis, dabei wird uns so richtig heiß, dann nehmen wir ganz schnell, gluck, gluck, nen kühlen Meereswasserschlupf. Ja, das war fein, so muss ein Fischetanz wohl sein. Den Fischetanz mag jeder gern, egal ob groß und klein, ob dick und dünn, ob bunt und schwarz, wir laden alle ein. Wir rauchen rechts hinein, gluck, gluck, dann geht es links hinein, gluck, gluck, dann drehen wir uns schnell im Kreis, dabei wird uns so richtig heiß, dann nehmen wir ganz schnell, gluck, gluck, nen kühlen Meereswasserschlupf. Ja, das war fein, so muss ein Fischetanz wohl sein. Der Fischetanz für jung und alt ist ein beliebter Hit, denn nicht nur Fische, auch die Menschen machen gerne mit. Wir tauchen rechts hinein, gluck, 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 dann geht es links hinein, gluck, gluck, dann drehen wir uns schnell im Kreis, dabei wird uns so richtig heiß, dann nehmen wir ganz schnell, gluck, gluck, nen kühlen Meereswasserschlupf. Ja, das war fein, so muss ein Fischetanz wohl sein, wir tauchen rechts hinein, gluck, gluck, dann geht es links hinein, gluck, gluck, dann drehen wir uns schnell im Kreis, dabei wird uns so richtig heiß, dann nehmen wir ganz schnell, gluck, gluck, Ja, das war fein, so muss ein Fischetanz wohl sein. Untertitelung des ZDF, 2020